Kriegswaffenobjekt 212, Herkunft Syrien. Sarin-Gaskartusche in Granate mit Aufschlagzinder. Die haben sich Giftgas klauen lassen? Sarin? Das Gas ist in so einer Art Kartusche. Ziemlich sensibles Gehäuse. Tritt das Gas aus, ist es tödlich. Das ist nicht, was du mir zugesichert hast. Das läuft alles aus dem Ruder. Ich regle das. Sie kommen zu spät. Wir werden einen großen Sieg davontragen. Verteil mal, es ist aktiv. Wir sind gleich über der Zeit. Die Kaffee-Babaos besser. Wir werden erst in der Zeit.